Ich meine, es wird ja durch eine überbrusse Sprechblase angezeigt jedes Mal. Kann man sich mal kurz ein wenig umgucken? Die Windmühle hat noch irgendwas zu bedeuten. Aber ich weiß nicht was. Äh, hier oben wäre Probleme. Du hast scheinbar keine Probleme. Mit Rückenmühlen, wer? Du bist ein dummer Stein, der mir sagt, was ich tun soll, wenn ich es vergesse. So. Du hast scheinbar auch nichts. Äh, okay. Kann ich mal kurz in der Schule nachsehen. So. Obwohl, ne, stopp. Ich gehe mal lieber Richtung Tempel. Vielleicht ist da noch was. Vielleicht. Und ich gehe dann gleich auch nochmal diese komischen Themen anbesuchen. Und dann mache ich, glaube ich, Schluss. Lauf, link. Lauf. Ja, hoch. Komm in dem Tempel. Duptidu. Und abwärts. Das scheint das letzte Tafelstück zu sein, erstmal. Tatsächlich. Und damit... Und damit... Und damit... Da ruchte eine gelbe Lichtschale auf. Wunderbar. Gebieter, ich stelle fest, dass sich im südwestlichen Richtung ein weiteres Loch in den Wolken aufgetan hat. Es wird sicher an einen neuen Ort. Ich empfehle dir, diesen Ort aufzusuchen, sobald du dich auf die Reise vorbereitet hast. Was werden wir tun? So, langsam habe ich das Gefühl, wir schaffen so den ersten Abschnitt des Spiels. Ich tippe mal nach den drei Tempeln hier, wird es noch mindestens sieben weitere geben. Minimum. Oh, ich wollte gerade sagen, das Geheimnis wollen wir uns ja noch holen, aber das ist ja direkt hier oben. Oh ne, ich glaube ich habe zwei Geheimnisse. Doch, klar, mehrere. Geheimnisse zwei habe ich mindestens eingeschaltet. Und warum stoße ich jetzt auf? Das ist ja furchtbar. Auch wenn ich gerade eben was gegessen habe. So. Was ist denn da? Da, Wettel. Denn? Hier? Hä? Äh, da drin. Wie komme ich da rein? Hm. Kann ich nicht auch ablegen? Achso. Achso, da war ja genau einfach Adeln. Hm. Boom. Oh, da wurde ich unterbrochen worden. Ich hoffe, ich vergesse das nicht rauszuschneiden. Äh, wie komme ich da rein? Wir sprengen die Tür. Oder auch nicht. Moment, was ist das denn jetzt hier? Okay, hier ist das nix. Das Geld. Öh, Moment. Öh, wie kommen wir da rein? Da ist Zelda. Ja, ist klar. Äh, normale Gesicht bitte. Da ist... Na. Wasser, ich würde mal sagen, da muss ich rein tauchen. So, wie das ausschaut. Ja. Oh, ich kann noch nicht tauchen. Okay, dann können wir das erstmal vergessen. So, jetzt bin ich aber noch mal zu dem Anführungszeichen Dämon. Dämon. Ich hoffe, ich kann da gleicher Tagsüber hin, weil ich habe jetzt keine Lust auf Nachts umzustellen. Vielleicht mit auf Tag. Äh, Friedhof? Friedhof hier drin. Friedhof. Ist die Tür offen? Ja, sie ist offen. Hallo. Ich habe hier schon zehn Stück gesammelt. So. Ich frage mich, ob das schon was gebracht hat. Oh, da ist wirklich viel der Jubiläne der Güte für mich gesammelt. Ich bin sehr glücklich. Nimm dies als Zeichen meines Dankes. Was die mittlere Geldbörse halten. Oh, cool. Oh, ich spüre, wie das geht. Ne, wie ist das Zeichen meines Dankes? Okay. Hast rein. Und das war... Juhu. Okay, immer wenn ich fünf Stück zusammen habe, muss ich scheinbar hier rein. Okay. So. Das war gut. Jetzt kann man noch mehr Kohle tragen. Äh, wird das... Ah, nein, das war ich nicht. Ich wollte... Ich wollte... Mittlere Geldbörse plus 300. Schwerte Göttin. Da kommt bestimmt noch was anderes. Hier sind nämlich noch... ...drei Zeichen drum. Da ist noch irgendwas, was ich ausfüllen muss. Dann habe ich hier noch was, was ich ausfüllen kann. Kriege ich ja da. Noch ein paar Sachen. Kram. So, jetzt möchte ich hier mal kurz nach... ...in der Vulcan. Da habe ich noch die Secrets, die wir eben freigestellt haben. Das heißt eben... Okay, das geht auch. Interessant. Hier läuft die Leiter hoch. Warum nicht? Ich weiß jetzt nicht, wo das sein sollte... ...aber ich habe ja sowieso nicht vor, in die Dinge zu gehen. Also ins neue Gebiet gehen wir jetzt noch nicht. Ich werde jetzt nur noch die Secrets holen. Secrets in Anführungsstrichen. Ähm... So. Karte. Ah, er will was von mir. Oder ist das... Der will wahrscheinlich nicht so mehr so... Hier wird mir gar nichts angezeigt. Das soll sowieso noch anders anzutreten, des Dingens, oder soll ich... Ne, komm, dann machen wir alles anders. Dann mache ich nämlich jetzt... ...Schluss, dann fliege ich nochmal. Ähm... Fliegen wir einfach mal. Äh... Jo, irgendwo hin. Gehen zu einer Speicherstatue. Und da mache ich Schluss für heute. Wo zum Geil bin ich denn jetzt gelandet? Oh, cool. Ein komplettes Kürbisfeld. Hä? Ich habe einen Kürbis am Schwert. Seht her. Kann ich damit auch? Oh, was ist das denn? Ich bleib so... ...wohl da. Verdammt. So ein Mist. ich verstehe sowieso nicht warum ein kürbis noch bienet und das hier gibt es hierhin hoch ist hinladen komisch okay ich muss sagen ich habe noch genau 200 robina ich gehe noch kurz ganz kurz ganz kurz und schnell so ich speicher jetzt und mach schluss für heute würde ich mal sagen ich habe genug zum rendern und kann dann hoffentlich ab morgen wieder videos hochladen so speichern ich würde mal sagen ich bin sauer bis zum nächsten mal bei let's play the legend of zelda skyward sword bis zum nächsten mal schau leute